Wir befinden uns mitten in einer Transaktion oder in einer klassischen Konsolidierungsphase. Schlicht und einfach gesagt, was zu teuer war, muss korrigieren. Das gilt vor allen Dingen für die Decks. Und alles das, was zurückgeblieben war oder unterbewertet war oder ähnlich, holt auf. Ich warte ja schon darauf, dass die Amazon Aktie mal wieder auf 500 Euro fällt. Aber ich glaube, es wird so schnell nicht passieren. Also mir ist egal, was Tech machen, Tech Aktien. Ich habe vor, ich weiß nicht, drei Wochen, vier Wochen, irgendwann im März. Ja, dann war es schon ein bisschen länger her wieder. Habe ich von den Großen, was habe ich gekauft? Ein bisschen aufgestockt. Google, Alphabet und Microsoft. Und das halte ich auch bis zum, wollte ich schon fast sagen, Sankt Nimmerleins Tag. Da mache ich jetzt nicht rum. Und ansonsten halt schaffe, schaffe, Häusle baue. Einfach viel Geld verdienen und dann hast du auch wieder ein bisschen Cash übrig, um zu investieren. Obwohl ich jetzt sehr, sehr vorsichtig bin in letzter Zeit, was ich hier so auf YouTube von mir gebe. Denn ich glaube, ich kriege in letzter Zeit sehr viele kleine Briefchen vom Finanzamt. Die wollen irgendwie vorgezogene Steuererklärungen und was weiß ich alles. Und vielleicht schauen sich die meine YouTube-Videos an. Und da erzähle ich immer schön fleißig, wie gut es mir geht. Das ist eigentlich, ja, sollte man glaube ich auch vorsichtig sein. Da bin ich noch sehr gespannt drauf. Aber ich bin aktuell, was jetzt gar nicht zu dem Thema gehört, dabei mich kundig zu machen. Ich habe nämlich letztendlich, habe ich gestern mich schlau gemacht, bis zum 31. August Zeit, acht Monate rückwirkend, eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. So, dass ich dann ein bisschen weniger Steuern zahlen muss und so weiter. Und da werde ich heute auch eine Anfrage stellen an so einen Steuerberater. Ja, der das vielleicht eventuell für mich mal durchrechnet. Naja. Aber irgendwie zum Auswandern, na gut, jetzt wieder zurück zu den Tags. So entsteht ein Gleichgewicht in jedem Markt. Und ich habe immer wieder erklärt, warum das notwendig ist, dass dieses Gleichgewicht entsteht, nach dem Prinzip des Pendels von einer zur anderen Seite um den Nullpunkt herum. Ja, also letztendlich immer wieder das gleiche Spiel, ja. Also letztendlich ist die Börse eine Reflektion, auch nicht, eigentlich teilweise echt eine Reflektion von Psychologie der Menschheit, ja. Also es ist immer so, ne. Also wenn alles irgendwie total schlecht ist, dann wäre eigentlich der Zeitpunkt, sich wirklich zu engagieren und zu schauen, okay, welche Aktien ist denn jetzt wichtig. Aber es ist wirklich wichtig, sich was rauszusuchen und so, wenn sie keiner haben will. Und wenn alle so hypen wie in den letzten Monaten wieder, dann wäre es eher sinnvoll, vorsichtig zu sein. Deswegen macht man Sparpläne, wenn man den ganzen Stress nicht will und den ganzen Kopfschmerz und kümmert sich um den ganzen Kram dann nicht, ne. Also dieses Timing, das ja hier sozusagen angedeutet wird, ist natürlich schon eine hübsche Trickkiste, ja. Weil man natürlich nicht sehr viel Erfahrung braucht, so wie hier in dem Fall. Der hat wahrscheinlich schon irgendwie 70 Zyklen mitgemacht, ja. und hat da ein sehr gutes Gefühl fürs Timing. Ich nehme an, dass diese ganzen Neulinge, was jetzt alle irgendwie die 300 Millionen weltweit Bürger oder was, die jetzt seit den letzten neun Monaten einen Aktienaccount eröffnet haben, dass die keinen Peil haben, was Timing ist oder irgend sonst irgendwas. Und die schauen sich halt einfach irgendwelche Hypes an und wollen da mitsegeln. Und dass das natürlich alles von kurzer Dauer sein muss, ist klar. Also wenn wir jetzt an der Börse, sagen wir mal, von einer Durchschnittsrendite der letzten 50 Jahre von 8% im Jahr, 7 bis 8% glaube ich ist die so, plötzlich 20, 30, 40 oder sowas hätten, naja, dann müsste ja keiner mehr arbeiten. Verstehst du, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Also da müsste ja keiner mehr Unternehmen führen. Übrigens auch die Gefahr bei Bitcoin, wenn Bitcoin so eine top 100% sichere Anlage ist, ja, wo nichts schief gehen kann auf mittelfristiger Sicht oder langfristiger Sicht, das Ding sowieso auf eine Million geht und das einfach topsicher ist und nichts anderes, dann besteht halt Gefahr, dass halt jeder Unternehmer, der normalerweise in sein Unternehmen investieren müsste, würde, könnte, mit einer normalen Durchschnittsrendite, ja, von ein paar Prozent, halt dann plötzlich sagt, hey, wieso schufte ich eigentlich den ganzen verdammten Tag, sorry, na komm, wieso schufte ich eigentlich den ganzen verdammten Tag, ja, und für ein paar Prozent Rendite, dann mache ich doch, gebe ich doch mein Eigenkapital, und nehme vielleicht sogar noch einen Kredit auf mit null Prozent, gebe ich das doch in die Aktienmärkte rein oder in Bitcoin oder sonst was, ja, weil das macht ja im Schnitt 20% im Jahr, besser geht's doch gar nicht. Lehne ich mich zurück in die Couch oder in die Hängematte und muss nichts machen. Verstehst du, was ich meine, ja, also das ist, das ist eine Sache, die gar nicht systemisch, gar nicht funktionieren kann, dass an der Börse Renditen kontinuierlich von zweistelliger Renditen und hohe zweistellige Renditen kontinuierlich über Jahre hinweg ausgeschüttet werden oder so, ja. Das ist eine Anomalie und ansonsten würde niemand mehr eine Firma führen, niemand mehr was produzieren, ja, niemand mehr irgendwas arbeiten, außer diejenigen, die natürlich nichts haben. Ich meine jetzt von den ganzen Kapitalisten, die halt Kapital haben halt schon und das eben einsetzen und Unternehmen zu gründen, zu führen und so weiter. Und das ist die Börse und Anlagen an der Börse langfristig und so, ist das das letzte Ende der ganzen Nahrungskette, der Börtschöpfungskette, ja. Also das heißt, Rohstoffe einkaufen und so weiter. Also die Firmen, die du an der Börse kaufst, da fängt es eben an, ja, irgendwas im Dreck rumwühlen, ja, irgendwie Minenbesitzer und so weiter und dann von den Rohstoffen zu den ersten kleinen Teilen, von den kleinen Teilen zu größeren Teilen, von den wieder größeren, irgendwann zum Autobauer, der baut dann das Auto, ja, vom Autobauer zum Dienstleister, Service und so weiter, dann zum Konsumenten, ja, und der Konsument sitzt sich dann wieder hin und sagt, ah, ich habe sowas gespart, in was investiere ich denn? Naja, in denen, wo der die Rohstoffe für mein Auto halt irgendwie aus der Erde rausholt, ja. Und, ähm, weil da kriegt er halt irgendwie ein paar Prozent nachgeworfen. Wenn jetzt aber all die Unternehmer der kompletten Wertschöpfungskette unseres kompletten Systems davon überzeugt wären, ja, in irgendwelche Tech-Aktien zu investieren, in dem Fall, oder irgendwelche Hype-Geschichten, als wie in ihr eigenes Unternehmen, ja, das irgendwelches Zeug aus dem Boden rausholt, Rohstoff oder was, ja, dann würde keiner mehr irgendwas aus dem Boden rausholen und unser ganzes System würde zusammenbrechen. Sonst habe ich es bestimmt zwei-, dreimal erklärt. Und deswegen bitte Vorsicht an alle, die jetzt irgendwie so gewöhnt sind, ah, das ist alles, muss immer 20 Prozent im Jahr mindestens hochgehen, oder, oder manche sind ja schon so drauf, dass sie sagen, boah, das ist nur 20 Prozent gestiegen in den letzten fünf Monaten, boah, das ist aber wenig. Und die Gefahr ist, also diese Blendung von dem, was dann in diesem ganzen Hype passiert und jeder Kanal nimmt es auf auf YouTube und das sind ja Amplifiers, ja, Amplifiers, das heißt Verstärker, diese ganzen Verstärker, die dann noch dann mit beitragen, weil sie dann eben noch mehr Klicks bekommen, ja, das ist dann so ein Viscious Cycle, nennen sie sich das, so ein Teufelskreislauf, dass die dann merken, diese ganzen kleinen YouTuber, so wie ich auch, und größere YouTuber und so weiter, dass sie dann merken, oh, wenn ich hier so ein bisschen berichte, so auf Hype, ja, oh, dann kriege ich gleich so und so viel mehr Klicks, und dann sagt mir Google YouTube, oh, da habe ich hier längere Watch-Zeiten, und dann kriege ich dann, dafür kriege ich dann wieder mehr Werbung-Dollar eingenommen, ja, oh, dann muss ich auch ein bisschen mehr Hype-Video machen, dann sagt es der Nächste und der Nächste und der Nächste, und dann baut sich das eben so auf, und jeder trägt dazu bei, und dann ist natürlich der Nächste Crash schon mal vorproduziert, oder Rücksetzer oder Korrektur oder was auch immer, ja. Ja, ja, also ich muss jetzt leider weiter, aber ich habe heute noch einen Termin, ähm, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen hier reinschauen, drinnen stehen wir jetzt, und gestern war das besonders deutlich zu spüren, wie alle Techs eigentlich ohne besonderen Anlass zwischen 4-5% und mehr verloren haben, und umgekehrt die Value-Titel zugelegt haben. Ja, das Ganze ist nicht aufregend, der Dauer legte 0,04% zu, der Nasdaq-Follower zeitweise 3%, also so geht das. Ja, Leute, ich schaue mir das auch ab und zu an, morgens, wenn ich noch ein bisschen verschlafen bin, so zum wach werden, aber ganz ehrlich, für die meiste Masse, die große, breite Masse da draußen, ähm, ist das alles sowieso scheißegal, alles. Ähm, macht eure Sparpläne, ja. Oh Mann. Ähm, also macht eure Sparpläne, und, ähm, dass ihr da euch nicht ständig den Kopf zerbrechen müsst. Also jeder von euch, der weniger im Monat durchschnittlich zur Verfügung hat, als wie, ich würde sagen, 5.000 Euro, ja, und das sind die allerwenigsten. Ja, jeder von euch, der weniger im Monat zur Verfügung hat, als 5.000 Euro jeden Monat in die Börse zu investieren, das heißt, das sollte insgesamt auch nicht mehr wie 20, 30% deines Nettoeinkommens sein, ja, maximal für die Börse, weil du hast ja andere Sachen auch noch, ähm, wo du ein bisschen diversifizieren solltest. Mit anderen Worten, wenn du weniger hast, ja, als wie, äh, 30.000 Euro Nettoeinkommen im Monat, also was dir bleibt persönlich, ja, als Privatperson, ähm, oder halt über eine Firma, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, ähm, wenn du das Inhalten von der Firma anlegst, äh, das ist vielleicht ein bisschen höher groß noch, also mit anderen Worten, das sind, das sind nur eine Handvoll von Leuten, äh, äh, für dieses Wort in Frage kommt, dann musst du dir vielleicht ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich das optimieren und so weiter, aber auch dann kannst du dir vielleicht auch einen guten, äh, einen guten, äh, Formmanager leisten, wie zum Beispiel Markus Doktor, glaube ich heißt er Markus, oder ich weiß ich gar nicht, Doktor Elsässer oder sowas, ja so Value, den gibst du ein paar Prozent ab und dann kümmert er sich um dein, dein, dein Zeug, ja. Also, ähm, nimm dich raus aus diesen, aus diesen ständigen Kopfzerbrechen, irgendwelche Prozente und Zeug und Korrekturen und allen möglichen Kram, mach das Zeug langfristig und konzentrier dich lieber aufs Geld verdienen, ähm, bis du dann mal so viel verdienst, ja, dass du 30, 40.000 netto im Monat hast, mit einer Firma oder sonst irgendwas und mal irgendwie so mal 10, 20 Leute für dich arbeiten hast, ja. Und, äh, das ist sozusagen, das ist das, was ich mich auch gerade konzentriere, dass ich da skaliere, dass ich da, äh, eine Firmenstruktur aufbaue, eine doppelstöckige Holding, ähm, was weiß ich, was es da alles gibt, ja, dass du es ein bisschen optimierst, dass du nicht also komplett rasiert wirst, jedes Jahr, ähm, von unserem Finanzsystem, äh, weil das ist halt ein Witz. Ich meine, der einzigste Grund, warum wir nur, äh, maximal 50 Prozent Abgabe und Steuern haben, ist, weil irgendwo in der Verfassung des deutschen Grundgesetzes oder verfassungswidrig wäre, weil da drinnen steht, alles, was höher ist, als wie die Hälfte, ähm, an Steuern und Abgaben, wäre verfassungswidrig, weil das einer Enteignung gleich käme, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und nur deswegen, äh, sind sie dann noch zurückhaltend, unsere Regierungen, ähm, 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 da nicht irgendwie noch mehr Steuern, äh, einfach mal so ad hoc, äh, einzufordern, sodass wir uns dann noch 40 Prozent übrig bleibt von dem, was wir, kleinen Unternehmer, äh, und so weiter, ähm, und ich meine, mit kleinen Unternehmer, ähm, auch selbst wenn du 100 Mitarbeiter hast, äh, bist du auch noch ein kleiner Unternehmer, ja. In, 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 in diesem ganzen, ähm, Börsenkonzern-Scale, ja. Ähm, aber dann kannst du wenigstens schon mal ein paar, in der Regel, wenn du 100, ähm, Mitarbeiter hast und ein paar 10, 20, 30 Millionen machst, kannst du wenigstens schon mal ein paar vernünftige Steuerberater leisten, aber, ähm, die, die so bis, bis eine Million Euro Umsatz, die wird es am stärksten treffen, ähm, Gewinn, ja, Umsatz, Gewinn, egal, ja. Auf jeden Fall, ähm, die ganzen, die eben genau die, die jetzt am mutigsten sind, oder in der Vergangenheit am mutigsten waren, ja, und sagen, hey, äh, mir ist das alles zu unsicher, es verändert sich alles, alles, äh, sehr dynamisch, äh, ich habe auch keine Lust irgendwie, nur noch eine Hausnummer zu sein für irgendwelche Konzerne und so weiter, ich mache mich selbstständig, ja. Und die in diesem, in diesem Bracket sind, in dieser, in dieser, in diesem Abstand, äh, ich weiß nicht, wie immer sagt man auf Deutsch, Bracket, ja, in diesem, in, ähm, ähm, also in diesem, in diesem Frame von, ähm, ja, diese ganzen Zahn, also so Anfänger auch, auch die, sozusagen auch die Hochstudierten, ja, ganzen Ärzte, Anwälte, Steuerberater und selber, ähm, alles Mögliche, die, sozusagen bis, äh, bis eine Million, vielleicht zwei, drei Millionen verdienen, die sich noch selber nicht so richtig, äh, für jedes, für jeden, für jede Kleinigkeit irgendwie einen Spezialisten an Steuerberatung und Wirtschafts-, irgendwas Prüfung und Anwalt und so weiter leisten können, ne, ja, die einfach noch im Aufbau sind, ja, ähm, die, jetzt wahrscheinlich, äh, das sind genau die, die eigentlich am wichtigsten wären für die deutsche Wirtschaft und so weiter, ja, ähm, ähm, also auch die innovativ sind, ja, das, weil die halt einfach noch risikobereit sind, weil die noch frisch sind, weil noch keine eingefrorenen, noch keine eingeschleiften, noch keine eingeschleiften Prozesse haben, ja, irgendwelche, äh, noch offen sind, flexibel sind, agil sind, diese ganzen kleinen Unternehmen, die werden, die werden sie wahrscheinlich am Krawattel nehmen und, und, und abschöpfen, weil sie es einfach bei den großen Konzernen nicht schaffen, weil die, äh, weil halt eine Google, äh, 1000 Anwälte beschäftigt hat, ja, und so, ja, und die werden immer eine Möglichkeit finden, 0%, zu zahlen, ansteuern, und, ähm, ja, toll, und, und da kaufen wir dann die Aktien davon, ja, und, und die eigentlichen Gewinne, äh, Gewinne, die wir jetzt jetzt sehen als kleine Aktionäre, also, ich kann beat them, join them, nach dem Motto, ja, ist es, ist eigentlich, de facto ist es eigentlich so, äh, das haben wir ja auch gar nicht auf dem Schirm, ja, die ganzen Aktienneulinge, Aktionäre und so weiter, die kaufen sich halt Firmen, wo sie sagen, oh, da haben wir diesen 20% Gewinn und so, ja, der Gewinn ist indirekt letztendlich aufgrund von Steuervermeidung, ja, ähm, Monopolismus, ja, ähm, the winner takes it all Prinzip, auf, aufgrund dieser Dinge, wo du letztendlich, ähm, als Steuerzahl, wenn du z.B. in Deutschland ansässig bist, ja, indirekt letztendlich deren Börsenkurse, ja, mitfinanzierst, ja, und dann kaufst du hintenrum, kaufst dann deren Aktien und profitierst somit wieder auch eigentlich von dem, was du letztendlich als Steuerzahler, ähm, hier subventioniert hast, ja, okay. Lange Story, kurzer Sinn, äh, schaut euch das Video an, ich verlinke es hier unten als Quelle und da, damit, äh, mich verabschieden, 17 Minuten sind rum, lange viel geredet, ich hoffe, können den ein oder anderen vielleicht eine kleine, ping, ja, so ein Lämpchen auf dem Kopf irgendwie erleuchten lassen, ja, aber es gibt halt viele, so blinde, äh, junge Leute, wie ich damals auch, ja, die hat irgendwie da ein Wort hören, da eine Info und dann folgen die halt irgendwas und schaut euch den Kanal hier an und alles und abonniert meinen Kanal und Daumen hoch und so weiter und Kommentare, ähm, und, ähm, dann, äh, sehr empfehlenswert alles und, äh, dann schauen wir wieder rein, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein von der Mission Millionär, bis dahin, ciao, ciao.